Die Arbeit mit Informanten ist immer persönlich. Deshalb wären das keine Freunde. Typen, die ihre Familien verraten, verraten bei nächster Gelegenheit auch mich. Guten Tag, Herr Schahin. Valentin vom BKA. Haben Sie eine Minute für uns? Dein Kumpel, der Drogendealer, mit dem du gestern Abend Witze gerissen hast, ist der Bruder von einem Freund des möglichen Antentäters. Ich soll für dich spitzeln? Bei den Dealern? Es kostet mich nur einen Anruf, dann sitzt ihre Freundin in einem Flugzeug nach Afghanistan. Du hast drei Sekunden mir zu sagen, was du hier bist. Auf der Brücke steht ein Lieferwagen, ich glaube, das ist ein Pullen. Wie ist es gelaufen? Mein Big Shot wollte mir erst das Hirn aus dem Scherde drücken. Und jetzt sind wir bei Skullis. Ich habe einen Job für dich.